Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raffael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Office 365 im Beta-Test. Welche Variante ist für mich die richtige? Wir möchten Ihnen mit diesem kleinen Video eine Unterstützung geben, zu entscheiden, für welche Variante Sie sich beim Beta-Test entscheiden sollten. Warum überhaupt Office 365 Beta-Test? Naja, wenn Sie sich das anschauen, dann werden Sie schon eine Motivation haben. Ich finde das eine geniale Möglichkeit, dieses Produkt zu testen, und zwar kostenlos, wirklich im Echtbetrieb in Ihrem Unternehmen, um dann hinterher zu sagen, jawohl, das ist was für mich, und dann dieses Abo dann in ein wirkliches Abo, in ein bezahltes Abo zu überführen. Das heißt, wenn Sie Beta testen, wird das nicht ein verlorener Aufwand sein, sondern wenn Sie sich für diese Produkte entscheiden, dann können Sie aus dem Beta-Test gleich in ein richtiges Abo hineingehen. Welche zwei Varianten werden zur Verfügung stehen bei Office 365? Das wird einmal Office 365 für Small Business sein, SMB, und Office 365 für Enterprise, in diesem Fall in der Ausbringung E3. Warum nur diese zwei Varianten? Sie müssen sich vorstellen, dass da natürlich auch ein großer Aufwand für Microsoft hintersteht, und man denkt einfach so auch, dass diese beiden Varianten, diese beiden Suiten, so die gängigsten sein werden, die von den meisten Benutzern am interessantesten ist. In diesen Suiten sind die Pakete zusammengepackt. Welches Paket was beinhaltet, werde ich Ihnen, wie gesagt, gleich nochmal ausführlich darstellen. Es wird natürlich auch andere Ausprägungen geben, genauso wie Sie die Möglichkeit haben werden, die Dienste einzeln zu buchen. Also wenn Sie nur zum Beispiel die Exchange online benutzen möchten mit den Mailboxen, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Dienst auch einzeln zu buchen. Schauen wir uns jetzt mal die Variante Small Business genauer an. Für wen ist die gedacht? Sie ist für kleinere Unternehmen gedacht, auch selbstständige Unternehmen wie Makler, wie Handwerker, wie Steuerberater, wie Ladengeschäfte. Also überhaupt für kleinere Unternehmen. Deshalb sagt man so, die Grenze ist ein Benutzer und 25. Und hier sehen Sie schon eine ganz, ganz wichtige Änderung. Das heißt, Office 365 wird auch ab einem Benutzer mietbar sein. Was beinhaltet Small Business? Die gesamte Zusammenarbeitsfunktionalität. Das heißt, zum einen habe ich eben E-Mail-Kontakte, Kalender, die ich auch gemeinsam mit meinen Mitarbeitern teilen kann, wo ich über den Outlook-Web-App praktisch meine E-Mail von überall aus ansehen kann. Gleichzeitig kann ich aber auch meine E-Mail im Outlook-Client benutzen. Und ich habe Zugriff auf die Team-Seite von SharePoint, sodass ich gemeinsame Dokumente hochladen kann, gemeinsame Links pflegen, gemeinsame kleine Projekte zusammen machen kann. Und genauso wird es die mobile Anbindung geben. Das heißt, das iPhone oder Android, also alle, die die ActiveSync-Schnittstelle nutzen, alle Handys stehen zur Verfügung und auch BlackBerry. Allerdings nur mit den Internet-Services, also nur die E-Mail-Funktionalität. Sie werden weiterhin über SharePoint die Möglichkeit haben, die Office-Web-Apps zu nutzen. Das ist eine abgespeckte Variante von Office, wo man Dokumente, Excel-Sheets oder PowerPoint-Präsentationen bearbeiten kann. Natürlich, wie gesagt, nicht mit allen Funktionalitäten, aber man kann das eben über den Browser machen. Überall, wo Sie Devices haben, die auch einen Browser zur Verfügung stellen. Wir haben das zum Beispiel mit dem iPad verwendet und im Safari haben Sie die Möglichkeiten, eben auf diese Dokumente zuzugreifen und Änderungen vorzunehmen. Für die E-Mails werden 25 GB Mailboxen zur Verfügung gestellt und der Dateianhang, also das, was Sie per E-Mail versenden können. Bei einer E-Mail wird ebenfalls 25, nicht ebenfalls, sondern wird 25 MB beinhalten. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Sie können ja eine Domain integrieren in Ihr Abo, haben Sie auch die Möglichkeit, eine öffentlich zugängliche, also wirklich eine öffentlich zugängliche Webseite für das Internet zu erstellen. Dabei müssen Sie beachten, das Ganze basiert auf SharePoint. Das heißt, Sie werden so eine Art Baukastensystem haben und können da nicht großartig irgendwelche Funktionalitäten hinterstecken. Es ist also wirklich dafür gedacht, eine Präsentation zu haben Ihres Unternehmens und dort wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen. Natürlich beinhaltet das Ganze eine Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösung, sodass Ihre Daten auch geschützt sind entsprechend. Überhaupt sind die Sicherheitsrichtlinien hier natürlich entsprechend, wie auch bei BPOS, sehr hoch für die Rechenzentren und auch damit für Ihr Unternehmen. Wenn ich jetzt diese Team-Seite mir anschaue, dann ist das eben ein abgeschlossener Bereich, der auch geschützt ist. Auch hier natürlich die Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösung, aber auch die Sicherheitsrichtlinien, wie Ihre Daten zugänglich sind, sind da über SharePoint mit sehr vielen Richtlinien hinterlegt. Dann als nächstes haben Sie auch den Link-Client zur Verfügung. Das heißt, Sie können Instant-Messaging sicher in Ihrem Unternehmen benutzen. Sie können sehen, wer wo in Ihrem Unternehmen anwesend ist. Und Sie haben auch die Möglichkeit, innerhalb Ihres Unternehmens Audio- und Videokonferenzen durchzuführen. Ganz wichtiger Punkt, der Support in diesem Fall wird nur über die Community stattfinden, die natürlich moderiert ist von Microsoft. Genauso können Sie auch Support-Anfragen stellen. Aber Sie haben kein Recht mehr hier in dem Fall auf telefonischen Support-Leistungen. Umso wichtiger ist es, dass Sie in dem Fall einen Partner mit einbinden. Das wären in dem Fall wir und dass wir Sie dann auch mal unterstützen können. Was wird das Ganze kosten? Dieser ganze Dienst mit all diesen aufgeführten Möglichkeiten wird 5,25 Euro netto kosten pro Monat und pro Benutzer. Und wie gesagt, Sie können ab einem Benutzer starten. Kommen wir jetzt zu Office 365 Enterprise in der E3-Variante. Office Enterprise E3 wird Office Professional Plus beinhalten. Das ist eine Lizenz von einem Office-Produkt, die Sie auf Ihrem Rechner installieren müssen. Da Sie ja hier ein Abo haben, eine Miete, ist es so, dass Sie derzeit Office 2010 haben werden. Aber wenn es dann neue Office-Varianten herauskommen werden, dann werden Sie natürlich auch diese neuen Varianten zur Verfügung bekommen. Das Interessante an dieser Geschichte ist, Sie haben hier wirklich eine User-Lizenz. Das ist einmalig, soweit ich das weiß von Microsoft. Und diese User-Lizenz bedeutet, dass der Benutzer maximal fünf Geräte, die er in Nutzung hat, also er muss derjenige sein, der die benutzt, dass er darauf Office Professional installieren darf. Also zum Beispiel auf seinem Arbeitsplatzrechner, auf einem Laptop und vielleicht noch auf dem Heimarbeitsplatz, den er hat. Also wirklich bis zu fünf Geräte dürfen von ihm lizenzrechtlich mit Office Professional Plus bestückt werden. Natürlich stehen auch hier die Office-Web-Apps über SharePoint zur Verfügung. Und genauso haben Sie hier bei Exchange Online die 25 Gigabyte Mailboxen zur Verfügung, 25 MB Attachment bei den E-Mails. Sie haben hier Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösungen. Und ja, all diese Möglichkeiten, die Sie letztendlich beim Small Business hatten zum Thema Exchange, stehen auch Ihnen hier zur Verfügung. E-Mail, Kontakte, Kalender, die Anbindung der mobilen Geräte, was ich vorhin vergessen habe, natürlich Windows Phone 7 auch, und eben alle anderen mobilen Geräte. Und Sie haben hier bei Enterprise E3 auch die Möglichkeit, nicht nur die BlackBerry Internet-Services zu benutzen, sondern auch die großen Enterprise-Services bei BlackBerry zu nutzen. Dann, was auch noch wichtig ist, neben Voicemail und Unified Messaging, haben Sie auch die Möglichkeit, ein Archiv anzulegen für Ihre E-Mails. Also die Archiv-Funktion wird rudimentär mit dabei sein. Sie können auch noch zusätzliche Archiv-Funktionalitäten buchen. Und je nachdem, wie Sie das eingestellt haben und wie Sie das für sich konfiguriert haben, gibt es sogar die Möglichkeit, dass Sie das wirklich als Archivierung benutzen können. Das müssen Sie gegebenenfalls aber dann nochmal absprechen. Dann, wenn ich jetzt SharePoint anschaue, sind da eben nicht nur die Team-Sites, die Team-Funktionalitäten dabei, sondern jetzt habe ich ein SharePoint, das ich auch programmieren kann mit Sandbox-Lösungen. Ich kann bei beiden Varianten den SharePoint-Designer verwenden, aber ich kann jetzt hier bei Enterprise eben auch noch Access, Entschuldigung, Access, Forms, Visio und Excel-Services nutzen. Das heißt, hier ist ein SharePoint wirklich nochmal ganz anders zu sehen und mit ganz anderen Funktionalitäten zu belegen. Man kann eine Wiki machen, man kann einen Blog machen und so weiter und so fort. Bei dem LYNC Client haben Sie auch wiederum Instant Messaging, Präsenz, also all das, was Sie im Small-Business-Bereich haben. Und zusätzlich können Sie Online-Meetings durchführen. Und zu diesen Online-Meetings können Sie natürlich auch externe Leute mit einladen. Also hier so eine Art Webinare durchführen, was das Ganze nochmal interessanter gestaltet. Dann, was ganz wichtig ist bei den Enterprise-Bereichen, wer von Ihnen ein IT-Administrator ist, Exchange 2010 kennt oder auch SharePoint 2010 kennt, Ich kriege hier weitreichende Administration- und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, so dass ich Unternehmensrichtlinien durchführen kann, dass ich Regeln einführen kann. Mal als Beispiel, dass ich ein verlorengegangenes Handy, die Daten löschen kann. Das sind solche Beispiele. Oder was ich jetzt wiederum ganz, ganz wichtig finde, ist für mittelständische Unternehmen, die sagen, ein Teil meines Unternehmens bleibt on-premise, Ein Teil meines Unternehmens möchte ich aber, zum Beispiel die Außendienstmitarbeiter, die möchte ich über Exchange Online, also über die Microsoft Online-Services anbinden. Dann habe ich hier jetzt wirklich die Möglichkeit, Hybrid-Szenarien durchzuführen, die für mich als Administrator eine Rolle spielen, die aber die Anwender selbst überhaupt nicht mehr merken. Sie können also die Leute, die im Online-Bereich sind, können ganz normal zugreifen auf die Daten und die Informationen der Mitarbeiter, die im Unternehmen drin sind. Also da ist jetzt volle Funktionalität dann vorhanden, sei es zum Beispiel auch die Kalender-Funktionalitäten, wenn ich Termine vereinbare, dass ich sehen kann, ist der verfügbar oder nicht. Also ein ganz, ganz wichtiges Element bei dem Enterprise-Bereich. Ich kann Hybrid-Szenarien durchführen. Der nächste Punkt, der noch ganz wichtig ist, ich werde die Möglichkeit haben, über das Active Directory meine ganzen Benutzer zu steuern und habe damit natürlich auch die Möglichkeit, wirklich ein Single Sign-On zu realisieren. Das heißt, wenn der Benutzer sich an seinem PC anmeldet, kann ich das so miteinander verbinden, dass sie auch gleichzeitig in den Online-Services angemeldet sind. Also hier gerade für den Administrator, auch für die Geteilte, für eben diese, wir nennen die Hybrid-Szenarien, weitreichende Möglichkeiten. Das alles wirklich inklusive der benutzerbezogenen Office-Lizenz für 22,75 Euro netto pro Benutzer pro Monat. Also wie wir finden, ein super spannendes und interessantes Angebot, weil wenn Sie allein die Lizenzen berechnen, die Lizenzgebühr, was Ihnen Office Professional Plus kostet, haben Sie hier locker in einem Jahr noch nicht mal die Lizenz eines Office Professional bezahlt. Also wirklich hier ein super Angebot, wo wir denken, was auch für viele Unternehmen einen echten Mehrwert darstellen wird. So, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Testen, beim Beta-Test. Schauen Sie vorbei, wir werden einige Videos online stellen, damit Sie auch schon bereits im Beta-Test Hilfestellungen haben, wie Sie was machen können. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.